Herzlich willkommen bei Borussia Dortmund, bald werden 80.000 Fans deinen Namen im Stadion rufen. Da muss ich erst mal fragen, wie spricht man deinen Nachnamen richtig aus? Julian Rioson, würde ich sagen, auf norwegisch. Du warst Stammspieler bei Union Berlin, jetzt der Wechsel nach Dortmund. Warum hast du dich für den BVB entschieden? Ja, halt ein Riesenverein. Ein Schritt für mich nach oben, sportlich. Aber auch den Eindruck, den Dortmund auf mich gemacht hat. Also wenn ich hier bei der Gastmannschaft war, war es eindrucksvoll. Und wenn die Möglichkeiten da waren, dann könnte ich einfach nicht Nein sagen. Auf was für einen Spieler können sich unsere Fans freuen? Wie würdest du deine Art Fußballspielen beschreiben? Intensiv. Ja, eine intensive Art, Fußball zu spielen. Ja, aggressiv. Ich gehe hoch runter, das ganze Spiel, laufe viel, kämpfen. Ja, werde alles geben. Du bist auch sehr flexibel, was die Position angeht. Du hast schon auf der rechten Außenbahn gespielt, auf der linken Außenbahn, im Mittelfeld und auch als Innenverteidiger. Aber hast du sowas wie eine Lieblingsposition? Das ist schwierig, weil ich habe ja überall gespielt. Aber ich glaube so, Außenverteidiger ist halt, wo ich am besten bin. Wir wollen dich an deinem ersten Tag auch nicht zu lange behelligen. Daher noch eine letzte Frage. Was sind deine Ziele mit Borussia Dortmund? Auf jeden Fall sportlicher Erfolg. Was zu gewinnen, das hängt hoch für mich. Deswegen sind wir auch Fußballer. Wir wollen gewinnen und ich freue mich einfach darauf. Und wir freuen uns auf dich. Vielen Dank. Danke.